So, liebe Leute, wir haben uns heute mit Medikalfrei zusammengetan und ja, die haben eine Überraschung für uns. Die haben jetzt mit meiner Freundin Duygo, ich schwöre, ich mache sie noch einmal. Wir haben uns jetzt zusammengetan und die wollen ein Spiel mit uns spielen. Jetzt bin ich echt gespannt, was auf uns zukommt, denn ich weiß nicht, ob sie mitmacht. Natürlich machen wir. Okay, weiter. So, dann fange ich mit der ersten Frage an und die erste Frage wäre, wovor hat Duygo am meisten Angst? Joa, das ist voll einfach. Fische. Ja, schön. Sie hasst Fische, die hat eine Fischphobie. Ganz schlimm. Wovor hat Duygo am meisten Angst? Ja. Okay, dann schon mal Angsthügo für Duygo. Ja, jetzt ist es zu spät. Es ist zu spät, abgelaufen. Nächste Frage. Nächste Frage, eins plus für mich. Die nächste Frage wäre, woran erkennt man, dass Tuba lügt? Die kann nicht, die stottert. Die stottert. Die kann nicht lügen. Also stottert sie beim Lügen. Stimmt das? Die macht so voll oft so äh, öh und verliert so den Faden. Das stimmt. Ja. Und woran erkennt man, dass Duygo lügt? Die wird voll rot. Die kann gar nicht lügen. Ohne Blush. Ja. Okay, dann zwei, eins. Zwei Punkte für dich und ein Punkt für dich. Ja, danke. Tschüss. Nächste Frage. Ich schreib's mal mit. Sicher, sicher. Du musst nicht gewinnen. Guck mal, Jiggy Will. Wann hatte Tuba ihre erste Operation bei uns? Das müsstest du wissen, Duygo. Ich hab letztens die Story drüber gedreht. Dezember? Ja, ist wichtig. 2018? Falsch. 2019? Ja. Die wusste es nicht. Die wusste es nicht. Zwei Dinge gibt es nicht. Chancen. Antwort war falsch. Deswegen gute Punkte. Das ist richtig schön. Kannst du ruhig. Wir können ja davon ran. 2019. Ich hab doch letztens eine Story gemacht. Was bist du für eine Managerin? Hörst du meine Stories nicht an? Nee. Lautlos. Okay, dann kommt jetzt die nächste Frage. Beziehungsweise da würde ich gerne wollen, dass Tuba bitte das Lieblingslied von Duygo uns vorsingt. Oh nee. Zumindest eigentlich stelle. Warum? Machen wir von Nine Toes eine. Nach einem Video auf. Ich kann da keinen Song singen. Da will ich nicht summen. Kann ich auch nicht. Ich schwöre, die hat so komische Musik. Das ist so komische Musik. Ich schwöre euch. Das kann man gar nicht nachsummen. Wirklich. Das geht nicht. Das ist so Melodie. Okay, Raphael. Du wirst mir jetzt die Frage aufstellen, aber... Weißt du, was es für Musik ist? Entweder hört sie... Ah, jetzt. Lieblingsmusik. Entweder hört sie Jay-Z. Die, die Texte kann ich absolut nicht. Oder die hört so richtig old school. Okay, aber auch wieder so Texte, die ich absolut nicht kenne. Weil ich habe es nicht mit Rap und so Hip-Hop und so. Ich war halt immer so ein Mädchen. Hit me baby one more time. Aber ich sing nicht, weil... Aber ihre Lieder kann man wirklich nicht summen. Ich weiß, welche Art für Lieder sie mag. Wirklich. Sturmgugel. Hammer. Ja, aber ich kann es nicht nachsummen. Ich höre es nicht. DJ Old Mother Yates. DJ Old Mother Yates. Okay, da haben wir beide keinen Punkt. Hit me baby one more time. Okay, dann geht es ein Punkt an, Duygo. Hadi, oder iki iki. Hadi, iki iki. Hadi, iki iki. Iki iki. Kazanan, äh, çiğköfte alıyor. Sehr lieblingsessen übrigens. Okay, diese Frage wollte ich nicht stellen, aber wir wissen es jetzt. Ey, ich hab's gesagt. So, dann kommt die nächste Frage. Dann mache ich jetzt eine Frage, wo ihr das aufschreiben müsst, aber ihr dürft nicht gucken. In welchem Jahr plus Monat habt ihr euch kennengelernt? Monat? Oh. Okay, dann nur Jahr. Sogar Jahr ist schwer. Nee, für dich nicht. Ich hatte fünf in Mathe. Lass uns zurückrechnen, Yabja. Ja. Okay. Ich darf das nicht verraten. Jeder muss irgendwas schreiben und dann gucken wir. Okay. Ich hab gar kein Zeitgefühl mehr. Nesamando. Oh. Tuva. So bin du süß. Oh, du bist ja schon da irgendwie über 34 Jahre alt. Oh, so machen wir auch leider. Äh, was haben wir? Hä, warte mal. 2000, was haben wir? 2022? 2022. default. Minus. interests aber nicht gemeinsam! Nein, nein, nein. Also, ich hätte – aber plus, minus. Minus, okay. Ak lobby! Wir kennen uns schon, Areffsazi! jako ein ich schon so lange? Ja. Okay, ich hab's. Knapp neiliger Zeit ist. Gleich einmal umdrehen. Ja, eins, zwei. Eins, zwei, drei. 2003. Ich hab fünf und sechs gemacht. Ja, warum denn? Bist 34. Stimmt. Wie alt wart ihr? 14, 15. Ich hab gesagt, ich hatte ne 5 in Mathe. Dann haut's doch hin mit 2003. Ja, 14, 15. Weil? Quick-Zeiten. Und da war ich 15. Dann war ich auch 15. Ja, und da haben wir uns kennengelernt. Ach, Duiko. Habt ihr schon so gut? Ich bende die Freundschaft hier mit. Ja, Amalie hat das schon. Doch, es sind 2003, 2004. Ja, 2003. Okay, dann geht dieser Punkt an. Wieder an mich. Ich glaub's nicht. So, dann kommt die nächste Frage. Wie habt ihr euch kennengelernt? Der Quick. Normalerweise lernt man... Das sind die Details reingehend, Duiko. Oh, gern. Normalerweise lernt man ja so Jungs und so weiter kennen, aber... Ich sag euch mal, wie wir uns kennengelernt haben. Es war so... Früher hat man bei Quick ja immer gesehen, wer geschaut hat. Kennt ihr die... Kennst du die Plattform Quick? Kennst du auch nicht? Oh, ey, ey. Du bist so jung oder was? Wie? Quick hat die ganze Welt gekannt. Quick? Kennt man nicht Quick-Community? Hey. Tober-Kalki-Dillens. Wie? Wirklich nicht. Ehrlich? Kennt ihr Myspace? Myspace kenn ich schon bei Quick. Ich glaub, die waren früher einfach nicht so cool. Ja, auf jeden Fall hat man bei Quick gesehen, dass wer zuletzt gefolgt... dein Profil angeschaut hat. Profilbesuch hat man gesehen. Profilbesuch hat man gesehen. Also du konntest nicht so starken wie heute. Genau. Und sie war dauerhaft auf meiner Seite. Und irgendwann hab ich gesagt, hä, was ist bei der schief? Und dann hab ich ihr geschrieben, ich so, hey, kennen wir uns irgendwie oder so? Und dann meinte sie so, nee. Und dann haben wir halt ein anderes Gespräch gehabt und dann kam halt irgendwas Großes raus. Und dann dachte ich mir so, ah, okay, cool, lass uns doch mal treffen. Ich war schon damals voll ein, auch von der Mensch, guck mal. Und dann ist eine Freundschaft entstanden. Ja. Dann auch viele weitere Jahre. Auch weitere Jahre, ja. Wie sieht Tuba's Gesichtsausdruck aus, wenn sie sauer ist? Asık, suratsız. Mach mal nach. Ach, es geht nicht. Shö, shöda se beri düşüya. Ja, man. Shöda se şöda düşüya. Gözlidim so parlam sõgi düya. Und so ihre Nasenflügel werden so bisschen so açulüya. Wie ich sauer bin. Ach, jetzt kann ich das nicht malen. Und dann bekommt sie noch so Schmolllippen. Und dann muss ich nur Dings fragen, Tuba, was ist los? Und dann, ja, nee, und dann geht es halbe Stunde. Ja, genau so, und dann geht es halbe Stunde. Bis sie dann sagt, und dann knabbert sie noch nebenbei an irgendetwas. Und das ist dann so laut, und dann schickert sie, hört, 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 hört. Tuba, du hast jetzt gefühlt die ganze Tafel Schokolade von mir gegessen, und dann sagst du, ich muss abnehmen. Wie sieht Drügers Gesichtsausdruck aus, wenn sie so ist? Boah, da will ich gar nicht mit ihr telefonieren. Das kann keiner übersehen. Das ist... Ich bin richtig ekelhaft. The person you've called is not available. Available. Du kannst mit ihr nicht telefonieren, das ist... Aber ich will auch... Du hörst schon? Du schreibst ihr eine Nachricht? Schatz, was machst du? Nix. Okay, du weißt schon Bescheid. Okay, schreib ihr am besten gar nicht. Tuba versteht mich. Ohne mich zu hören. Von meiner Schreibart. Von meinem Punkt und Komma. Immer. Ich denke, ich schreibe ja noch, wenn sie schreibt, nix. Blum. Keine Antwort, alles gut, weißt du? So, liebe Leute. Der liebe Ozan hat gesagt, der mich immer total zerstört in den Videos und mich wirklich bis zum Ende so fertig macht, ja? Ich streike das nächste Mal. Hat gesagt, wir müssen das Video jetzt beenden. Ich danke fürs Zuschauen und würde mal sagen, morgen ist die OP und ich wünsche euch einen schönen Tag und viel Spaß beim Zuschauen. Bye, bye. Auch schlimmer küsst du ihn irgendwie. üss. Ja, jawohl. Ja, jawohl. Vielen Dank.